Ich lerne Deutsch. Nummer 15.466 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. In ihrer Rede betont Luisa die Wichtigkeit der Dankbarkeit gegenüber den Menschen, die uns im Leben helfen. In ihrer Rede betont Luisa die Wichtigkeit der Dankbarkeit gegenüber den Menschen, die uns im Leben helfen. Geduld ist eine Eigenschaft der Weisen, denn in der Ruhe liegt die wahre Stärke. Geduld ist eine Eigenschaft der Weisen, denn in der Ruhe liegt die wahre Stärke. Geduld ist eine Eigenschaft der Weisen, denn in der Ruhe liegt die wahre Stärke. Ich möchte mit meiner Freundin ein Zimmer tapezieren. Ich hoffe, sie kommt bald. Ich möchte mit meiner Freundin ein Zimmer tapezieren. Ich hoffe, sie kommt bald. Die Zahlen zeigen eine negative Tendenz. Die Zahlen zeigen eine negative Tendenz. Die Daten deuten auf einen Rückgang oder eine Verschlechterung hin. Ich weiß nicht, was mich mehr interessiert, das Popcorn oder der Film. Ich weiß nicht, was mich mehr interessiert, das Popcorn oder der Film. Letzte Woche habe ich auf dem Flohmarkt schönen handgemachten Schmuck gefunden. Für mich ist es immer der schönste Moment eines Konzerts, wenn mich die Fans auf Händen tragen. Für mich ist es immer der schönste Moment eines Konzerts, wenn mich die Fans auf Händen tragen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Vielen Dank.